so lange es noch klappt, man. Komma! 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 Ja! Wir können! Wir können! Volle Power! Ja! Das macht mich jetzt schon zu leicht corny, Alter. Denn in der Navy... Nein. Safe call. So, was wollen wir denn? Team ansehen. Pilot, Bodentrupp, Pilot, Bodentrupp. Ich bin der Bodentruppe. Ich bin der Bodentruppe. Ich bin der Bodentruppe, weil ich bin scheiße im Fliegen. Dito, ich bin auch. Bodentrupp. Haben wir uns ausge... Kleidungsstil, äh... Straße. Aus-Silfe. Ich mach die Straße. Ich mach den. 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 Cargobot. Oh, gibt's keine Papiertüte mehr? Nein, dich man nicht. Oh, ich wär gern Papiertütenmann gewesen. Papiertütenmann. Das ist halt innovativ. Ja, wir waren Papiertütenmänner, ja. Geil. Also ich bin meins am coolsten. Oh nein, nein, ich bin noch nicht bereit. Getunedes Fahrzeug. Äh, Sanchez. Ich darf nicht gleich aussehen mit... Ich mag meine Sanchez. Mit... Bereit? Kentucky. Wie sieht denn Kentucky aus? Der hat ein weißes Hemd an. Ich hab jetzt ein Sport zu sein. Nein, hab ich nicht. Hä? Ah ne, das ist Aaron. Entschuldigung, das ist Aaron. Entschuldigung. Pilot ist nicht bei... Hey, die roten Augen kommen mit der Maske richtig gut zur Geltung, Kentucky. Muss schon sagen. Ja, ich weiß. Richtig gut. Du solltest dir die Maske permanent aufsetzen. Das kannst du nämlich machen. Kaufst du einfach im Maskenladen. Ich glaub so... Die hab ich glaub ich sogar schon. Dann drück auf bereit, wenn du fertig bist, Kentucky. Gut. Achso. LOL, jetzt hab ich... Hey, ich hab was anderes dann auf einmal. Ja, haben wir ja. Was? Egal. Hä? Scheißegal. Hauptsache schmiert nicht ab. Äh, bei wem darf ich... Warte mal. Carlos Sanchez! Ist das meine? Wer will denn bei mir wird einsteigen? Meine. Meine! Warte, boah! Ey, du bist doch viel schneller. Warte, boah! Oh, sieben Kilometer. Fakt ist, kann ich bei einem von euch mitfahren? Oder ne, warte. Ich kann eigentlich ja quer übers Feld. Willst du an mir? Ah, ne, das hab ich nicht. Aber die wirklich... Ich wollte grad abbiegen. Willst du mein Auto einsteigen? Willst du mein Auto einsteigen? Willst du mein Auto einsteigen? Oh, wo geht's? Nee, danke. Mach's schön. Guck auf. Wie gehst du weg? Ihr seid doch voll schnell. Ja, total. Ich hab euch grad eingehört. Oh, ich bin hier der Letzte. Ja, ich hab ja gerade die Uhr. Ja, ich hab ja gerade die Uhr. 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 Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay Gott. Danke. Okay, jetzt geht's kurz. Ja, ja, natürlich. Farm ich's nieder, du Arschkopf. Sorry. Willst du mein Müll fangen? Ich hab auch. Arschkopf. Ja. 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 Ja, ja. Nee, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. wieso spielst du online? BISTECH! Tu dir mir den Gefallen und bleib stehen bevor du da ankommst. Ja klar, mach mal. Wo bist denn du eigentlich? Beim G-Bewarenhandel. Du bist eh hinter mir, Olli. Achso, gut, okay. Ach, da vorne sind die? Ich mein, die anderen beiden. Wäre vorteilhaft, wenn sie nicht die Mission schon starten, wenn wir da nicht da sind. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ach, das Flugzeug stehlen? Hat man das nicht schon mal so als Testbar gemacht? Ja, ganz genau. Und ich krieg dafür jetzt auch kein Geld, dass ich das erwähne und... Ne, überhaupt nicht. Was schön ist, ich bin bestimmt schon tot, bevor wir hinkommen, Alter. Hab ich mir auch gedacht, ich hab bis jetzt nur die Rüstung verloren. Ihr hättet einfach bei uns einschneiden. Ja, hätten wir. Ist aber nicht halb so lustig gewesen. Ich versuche hier eigentlich immer Abkürzungen zu fahren, aber irgendwie funktioniert es nicht. Dann redet in Zeitkriebe und dann spielt das Video in Zeitverfrag, dann fahrt ihr schnell und redet nochmal. Hahaha. Ist sowieso. Ich werde dann zwar etwas erhöht die Stimme, aber sonst... Nein, schnelle Zeitraffer. Ja, dann klingst du wie ein Roboter. Schön, dass du schon mal vorgefahren seid. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Alle nochmal, alle nochmal, alle nochmal, alle nochmal, alle nochmal. Die sterben eh gleich beide. Trau ich mich wetten. Trau ich mich wetten? Na, trau ich mich wetten. Alles deutsch? Ne, das ist kein deutscher. Was denn? Ist das keine deutsche Aussage? Nein. Das traue ich mich wetten. Ich traue mich, das zu wetten. Ja, das ist schon eher... Raus, traue ich mich wetten. Vollkommen vernünftige Aussage. Ich weiß nicht was ihr habt. Sag dir der Österreicher. Äh, dä, 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 dä. Ich kann besseres deutsch als du. Ich bin Ossi. Ich darf keine Sprachen können. Ähm, gut. Also üblich ist langsam. Wer hat aber was explodieren lassen? Ich höre ich das schon vom Weiten schießen. Keine Ahnung, was ich weiß nicht. Ich würde vorz... Also bevorzugen, wenn wir erstmal die Leute abkennen. Wer ist denn da drin? Kentucky bist du wahnsinnig. Wuhu! Habst du das Gefühl, dass der Versuch nichts wird? Äh, ne. Instant gestorben. Bei... Ich find's schön, dass wir gewartet haben. Also das ist hervorragend. Also ernsthaft. Warum habt ihr so lange Autos? Du kannst doch einfach mal warten, Kentucky. Was, ich hab ja nichts gemacht. Die sind auf uns losgegangen. Ja, deswegen ja. Genau. So, wie wärs, wenn wir jetzt mal Teamwork machen, ja? Nicht jeder für sich sein Teamwork, ja? Ja, wie wärs, wenn ihr mal ins Auto herstellt? Warum? Wir sind doch jetzt schon da. Naja, schon noch ein bisschen. Zehn Meter davor. Wie wir da stehen? Wer bin ich nochmal? Oh, der Team mit der Gründer. Der sieht aus wie so ein Teil. Typisch Deutscher, ey. Was? Das war das falsche Motorrad. Wo ist man? So. Strategie, Leute, Leute, Strategie. Kentucky Rush reinholst Flugzeug. Die anderen halten sich zurück und nieten die Leute nieder. Ohne dabei zu sterben. Es wär aber schön, wenn ich irgendeine Deckung hätte. Also, sprich, dass ein Auto sich mal mit auf die Brücke drauf stellt, oder so. Ich hab Angst, du gehörst. Aron, dein Auto muss nicht von glauben. Aron, stellst dich bitte auf die Brücke. Direkt rechts von dem Scherzflugplatz. Ich hab Angst, du gehörst. Da rechts. Ne, ne, keine Angst, du fährst bestimmt nicht um. Da. Da raus. Geil. Was hast du gemacht? Aron, was machst du da? Du musst auch noch die auf die Brücke fahren, oder so. Von jetzt kommen wir nämlich gut schießen. Da rauf. Als Deckung. Da auf die Brücke, da da. Genau. Dass man's dahinter stellen können. Danke. Wäre nett, wenn du uns dabei nicht umbringst. Mach ich nicht. Und was jetzt mit Kentucky solltest du nicht vorrushen, damit nicht mehr Leute kommen können? Ich warte, dass ihr... Anfang mit schießen? Ja. Dass die eigentlich nicht funktioniert. Auf wen soll ich ballern? Auf die Gegner. Die roten Punkte. Merke, ich bin schon wieder scheiße im Ziel. Ähm. Ich werde eine Tür fest sein. Witz. Oh Gott. Schieß. Schieß. Schieß auf die. Schieß auf die. Wir müssen uns grad selbst verteidigen. Von links kommt einer. Oder zwei sogar. Ja, ich schaff's. Oli. Äh. Aber pass auf, nicht dass du dich abknallst. Wir können uns gegenseitig nicht treffen, bitte Waffen. Tschieß. So, jetzt ist es ein bisschen überleben. Am besten hier. Da. Abstand gehen. Und immer schön dran denken im Menü. Ihr habt... Warensteckern. Ihr habt... Ähm. Wie wär's, wenn wir erst mal... Wegfahren von hier? Ja, pack mal weg hier jetzt. Ja, pack mal weg hier jetzt. Ja, los jetzt. Steigt, äh... Und meins ist auch noch da. Meins bin ich auch nicht. Das sind vier Personenwagen? Nö. 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 Ich dachte. Schleiße. Ah, nee. Nicht da dann. Wofür hast du... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde ja nicht sagen, dass ich tot bin, aber ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Tod bin ich. Ja, Taki, wo zum Teufel standest du? Mit deinem Auto? Da, äh, beim Eingang. Ah, da unten drin. Ja, wir müssen das besser vorplanen. Lass mal snipen. Weiter weg, einfach. Einfach weiter weg. Bisschen ungut, dass wir eben noch zwei Personen Autos haben. Ja, aber ich bin dafür halt schnell. Verdammt. Ja, schön. Das hilft uns nicht wirklich, wenn einer zurückbleibt und stirbt. Ja, schon. Aber es können zwei in das Auto, der eine in das andere. Ich hab grad nur Hauptkommen jemanden gesehen, Alter. Vom Prinzip her war es schon nicht schlecht. Da müsste ich mir halt so ein Sanchez von euch nehmen, um reinzugehen. Nee, war schon. Äh, vom Prinzip her war es schon nicht schlecht. Mögliche Anteile sind 19.000. Das fützt. Ich nehm den Traktor. Ich muss mein Auto. Haran, bleib stehen. Haran, bleib stehen. Haran, bleib stehen. Ah, volle Power. Selbe Strategie. Aaron, du weißt jetzt wo die Brücke ist. Machst du nicht gleich. Einer von uns, am besten Froschi, wär's, äh, ähm, wenn er sich ein bisschen weiter wegstellt und mit einem Sniper Feuer drauf schießt. Bin aber kacke im Schneiden heute. Ach, Flo. Ganz probieren. Das ist kein Problem. Da, war rechts auf die Brücke rauf, wieder genau so. Weiter links blüßig. Wunderbar, danke. Dadadadaadaada Cada GUY Warum hat der jetzt angefangen mit schießen? Ballern alle schon. Dann müssen Kentucky beschützen um jeden Preis also schießt auf die Leute die bei der Tür stehen. Hoppalla. Oh Gott da, kommt einer an! Da ist einer, da ist eine von mir. Ja, genau. Ich meine, farfscht links von euch, komm Dana. der links von euch kommen da sobald ja klar also bei mir wir müssen weg wir müssen dann nachher alle noch umbringen aber fürs erste ist besser wenn wir uns nicht erst weil ich nicht vor mit motorrad ausmacht du musst flo abholen wieso abholen wir müssen alle umbringen wir wollen jetzt nur erst mal ein bisschen abstand gewinnen ich lege das gerade eine panzerung an deswegen abstand da waren die andere richtung daran die sind gerade welche gespawnt ja ja sonst nicht weh ich muss die rüstung anlegen fack 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 ich bin gleich dort ich bin gleich tot danke die typen sind hinter mir gestorben du bist vorgefahren wird näher wir sollten uns weiter entfernen alle gemeinsam zu dritt die folgen und so oder so und darum geht es mir dass wir drei uns soweit wie möglich entfernen und dass wir sie umbringen wie sie zu uns kommen und nicht wir zu ihnen sondern sie sonst kommt ist einfach oder hier die wende fahren die mir ausschießt du kannst du fährst du mit dem auto los besser ist wenn man wenn man was passiert da gerade auf der straße keine ahnung könnte es nicht sehen wir schauen in die andere richtung oder wie sonst immer deine scheiß granaten hat keine ahnung warum ich die granate in der hand habe weil er die als hauptwaffe genommen wahrscheinlich wir eigentlich nicht das ist noch viel zu sein du kannst ja da oben am anfang immer bevor dem tag doch was die sturmgewehr und so dass ich eigentlich spreng aber warten müssen wir sind vor dem anderen das selbe idee nur diesmal flüchten wir und lassen sie zu uns kommen ist einfach jetzt aber einiges anwachsen wir sind nö ich denke ich wollte ja nicht gerade ein anderes auto nehmen aber das wichtig hat zudem nicht da es gibt es ja oder fahrer gute arbeit die erste die musik rein ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme die gg leuchten angefangen voll glitschig verstecken macht jetzt feste keine sache macht jetzt einfach ich hab nicht gesteckt aber das ist einfach nur geschickter wenn es geht und es geht tatsächlich ja interessiert nur dass jetzt alle überleben man ja das ist ja oh fuck irgendeine anders und dort um jetzt los oder was ja doll ja eba 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 da kommen Autos Leute da kommen sie da kommt ihr nachschub los kommt ich habe mich von autobisch kohlen da 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 das aaron kommst du aaron aaron ja das bei mir im Auto mit erst mal wegfahren von hier bitte egal ist das nicht wichtig wir wollen nur ein bisschen abstand gewinnen dass die zu uns kommen wie gesagt da da vorne ja da vorne ja da vorne können wir dann wo lang warte mal hier einfach ein bisschen chillen und dann zurückschneipen bleib stehen du hast doch Haftbomben oder ja da du könntest die ein bisschen näher kommen lassen da eine Haftbombe dran kleben dann halt die ach da kommt der Auto hinter uns vorsichtig das wäre doch ein bisschen schlau oder klar ähm mach das einfach so da kommen dann auf uns zu das ist dann äh das ist wirklich gut wenn unser Reifen explodiert kann möglich sind so da ist niemand mehr drin wir sehen hier die ganzen roten Punkte wenn welcher auf uns zukommt kriegen wir das mit so ich muss kurz ins Inventar was haben wir an der Panzerung ich stelle mich mal mit hinter deinem Auto hey wie könnt ihr das alle machen mit der Panzerung und so äh Inventar im Inventar du kannst dir mehrere Panzerungen beim Ammonation kaufen genau wie du dich aufladen kannst mit Snacks essen hier und Cues anlegen ja so die werden jetzt langsam auf uns zukommen so wie ich sie kenne ah ich war die Maske jetzt ah da lecker lecker warum mit Autoforen oder ne die kommen ich fahre ein Stück mit dem Autofor nur ein Stück eine Straße da rennt grad einer über die Straße da rannte grad einer über die Straße bei mir hat grad vollgeleckt ja da kommen sie alle kann ich stell mein Auto hier hin ja gut ok oh Gott nicht vor mir steht halt ich kann es nicht machen ich hab ne Slapper die haben alle ne Slapper Alter wie er die ganze Kuh rumsteht ey ja das ist ja das Gerle wenn wir etwas in Entfernung sind kann man sie ganz geschillt von hier hinten aus äh ausnehmen das war grad meiner eigentliche aber danke heil ruhig meine Freunde ab und hast du überhaupt Feinde die wir da gerade abgefangen ja ich die rennen weg von uns da kommt ein Auto auf uns zu ja ich glaub ich glaub es kann sein dass die bisschen Spass haben wollen oder Gott was war und das jetzt so ja war ne kleine Granate aber naja hat irgendwie so viel die braucht ein bisschen ja wollen wir jetzt wirklich hier rumstehen ich hab's auf der Meppers ne aktuell bewegen sie sich nicht langsam langsam auf die Zielobjekte zu bewegen aber wir sind schnell Geh mir mal kurz dein Auto bitte danke wieso Autos das ist bei weitem übertrieben ja äh um den einfachen Ding damit wir immer ne Deckung haben so stehen bleiben so sollte man nah genug dran sein dass sie mhm mhm ich glaub nicht dass sie auf uns zukommen na baller drauf los dann kommen sie schon v.a. die da rechts in die Richtung ja da links allerdings der da war weg gesagt ich denke er könnte was reißen wenn man auf die karte schaut aber da kommt dann noch ziemlich nah ich weiß nicht wo genau aber zu mir zwischen den kornfeld zu regnen und nicht weg die kommen auf uns zu und zwar alle so ein bisschen gechillt hat lassen sich als zeit entspannen sich da kommt sonne ist das tot naja das ist unser job während der andere ihr abliefert soll es ist abgeliefert das muss man immer alle umliegen so dass du es besser entspannt und wir schaffen den scheiß als dass wir uns stressen und dann gehen wir drauf wo recht hat er doch ich da kommt der nächste da kommt einer mit normalen auto nicht mehr lange und war fliegt aber wie kann jetzt mal sterben und ihr bringt das zivilisten um die der autos war wie süß du schießt nicht auf uns du ausschloch da kommt noch einer ob da hat mich ein zivilisten wieder gefahren deswegen sollten wir nicht auf der straße stehen nur so ein gedanke okay bevor man dann die nächste vorberatung achten und ich muss ich ein paar rüstungen kaufen ja müssen wir jedes mal machen wenn der leute da kommen gerade schon wieder haufenweise menschen da noch einer ich sehe sie ja kurz nicht auf die karte das ist ja ich schaue auf die karte feilrichtung beachten das ist jetzt bei mir hinter dem busch haben wird die richtung war es ist nur noch eher noch kuck auf die karte also trotzdem nicht was ich war schon nicht ich kann noch mal ein bisschen vor und immer ein bisschen auf die karte zu haben ich will nur ein bisschen ist so das hier noch ein bisschen vorhelfen die fußfahrt wegen aaron pass auf nicht dass du jemanden umsiehst er kommt auf uns zu erinnert ich sehe ihn ja schon und da ist er er liegt schießen wir drauf ich sehe ihn ja nicht mal zu ja habe ihn umgeleitet nice scheißegal verstanden bronze wird mich verarschen alter der flieger kriegt immer platin ja ist ja klar aber du wirst was ich machen ach der geht weiß nicht du kriegst ein bisschen das ist einfach bloß ne 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 habt ihr geld bekommen 19k ich habe gar nichts bekommen weil ich gezahlt habe oh ich bin traurig jetzt erst mal den scheiß auf die bank legen oder? ja es wird zwar ein bisschen langweilig muss ich sagen wenn man so ab hier aber es ist wirklich taktisch besser und keiner von uns ist gestorben kein 1er und ich glaube wenn wir die ganzen raubüberfalle und das letzte alles auf schwer machen kriegen wir ja nochmal extra bonus ich habe es extra schwer gestellt damit ihr mehr cash kriegt weil ich kriege ja nichts dafür es kann sind dass jetzt noch eine cutscene kommt und ich habe gerade mal zwischendurch einfach mal die aufnahme beendet damit ich wenigstens schon mal sicher ja da ich und dolly chillen stand beim flugplatz die anderen formen mit unseren motorrädern hauptsache mein motorrad spawnt im schranken schön dass deins in den schranken spawnt meins wurde gerade geklaut kriege ich jetzt mal wieder mein ding kannst du mal hier den schranken niederfahren für mich oh gott wir sind in der öffentlichen sitzung olli hast du hast du dein geld schon abgelegt ja nicht auf mich schießen passt schon lange steigt einfach drüber und steigt dann drauf ich habe f gedrückt warte mal kurz auto perfekt ok komm wollen wir dann mal weiter machen mit den nächsten heiß